Ich freue mich riesig und natürlich stolz, mit 37 jetzt, aber nächstes Jahr 38 in der Bundesliga zu spielen zu können. Das ist einfach Wahnsinn. Ja, für mich natürlich ein sehr großer Traum, nochmal Champions League zu spielen. Und ja, wir stehen am aktuellen vierten Platz. Und ja, muss ich sagen, das ist natürlich unser realistisches Ziel. Aber natürlich, wir müssen noch bescheiden bleiben. Ja, mein Spitzname jetzt in der Kabine. Viele. Legende, Opa, alter Mann und auf japanisch Oji-Chan. Oji-Chan heißt Opa, auf japanisch. Wer traut sich den Mitspielern Opa zu sagen? Ja, Filip Kostic, Lukajovic, Timi, ja, viele. Ja, aber trotzdem, ja, mir hat es sehr, sehr Spaß mit den Jungen zusammenarbeiten. Ja. Ja. Ja.